Das Problem der Reihenfolge unserer Ergebnisse haben wir bisher weitgehend ignoriert. Texte sind in vielen Korporan nicht gemischt angeordnet, sondern nach Kategorien sortiert. Aber selbst wenn die Texte nicht in einer bestimmten Reihenfolge ins Korpus aufgenommen wurden, kann das Bild, das wir uns auf den ersten Blick von einem Phänomen machen, stark verzerrt sein. Nehmen wir dazu ein anschauliches Beispiel. Wenn ich das Nominal-Suffix nes untersuchen möchte, Punkt, Sternchen, nes, dann bekomme ich auf den ersten Blick den Eindruck, dass nes fast ausschließlich im Wort Business auftaucht. Erst weiter unten kommen ein paar andere Strings mit diesem Suffix. Was ist passiert? Die ersten 46 Treffer kommen alle aus einem einzelnen Text am Anfang des BNC Baby, der sich mit Wirtschaftsthemen beschäftigt. Also wird dort erwartbar über Business statt über Fitness gesprochen. Das verzerrt das Bild natürlich und man läuft Gefahr, hier falsch zu interpretieren. Um Fehlschlüsse aus solchen Verzerrungen zu vermeiden, müssen wir randomisieren. Randomisieren heißt, eine Ordnung in eine zufällige Reihenfolge zu bringen, also schlicht zu mischen. Dafür kann man in CQP den Sort-Befehl verwenden und das Kriterium quasi, wonach man sortiert, ist dann eben nicht das Attribut, sondern randomize. Also Sort Last Randomize. Wir sehen zwei Dinge. Erstens sind die Korpuspositionen jetzt gemischt. Zweitens ist Business zwar weiterhin häufig, aber eben nicht mehr so überlegen. Außerdem sollten Sie ein anderes Ergebnis bekommen als ich. Sort Last Randomize mischt nämlich zufällig. Wenn ich den Befehl also neu ausführe, bekomme ich wieder eine andere Liste. Die Gefahr der Fehlinterpretation wegen nicht zufälliger Verteilung ist grundsätzlich bei jedem Phänomen gegeben, egal ob es sich um ein Lemma, eine Wortklasse oder eine grammatische Konstruktion handelt. Denn jedes Element bzw. besonders hervorstechende Verwendung davon kann mit einer Textsorte assoziiert sein oder häufiger in einem bestimmten Genre auftauchen als in einem anderen. Zwar ist die Gefahr für Fehlinterpretationen umso geringer, je weniger ein Phänomen mit einer bestimmten Textsorte assoziiert ist. Aber ob das der Fall ist, kann man nicht immer im Voraus wissen. Deshalb sollten Sie für den ersten Eindruck, auf jeden Fall aber für eine ernsthafte Analyse im Zweifelsfall immer randomisieren. Und wenn Sie nicht alle Belege eines Phänomens in Ihre Untersuchung mit einbeziehen, dann müssen Sie sogar randomisieren. Das wiederum geht auch, wenn Sie eine zufällige Stichprobe aus einer Konkurrenz ziehen und wie das geht, das sehen wir im nächsten Clip.